Heute ist der 22.2. und das ist mein Daily Vlog. Hallo! Ja, willkommen an einem wunderschönen sonnigen Sonntag. Sonntag, ne? Ähm, ja, sonst gibt's heute nichts viel Neues. Ich werde jetzt, wie schon im Hintergrund vielleicht erkennen können, äh, ich werde mir meine zwei Filmguide-Folgen aufnehmen. Ähm, eine englische und eine deutsche. Mit der deutschen an. Ich glaub, ich hab noch eine zweite deutsche, aber ich weiß nicht, ob ich die direkt danach drehe. Ich denk mal nicht. Wir haben ein bisschen Minecraft gezockt heute auf dem Community-Server. Ich hab meine vier Folgen von The Walking Dead fertig. Vier, vier, vier. Und, äh, heute kommt auch das, ähm, Butterkeks-Challenge-Video. Ist ja voll daneben gelaufen bei mir. Aber was soll's, hat Spaß gemacht. Mal kurz hier mal probieren und, ja. Ähm, ja, wenn ihr Ideen für nächstes Wochenende habt, was ich da so Spezielles machen soll, irgendwas anderes, dann lasst mich das mal wissen. Wäre cool, bitte in die Kommentare. Und, außerdem für das einmonatige Speziale. Hatte ich schon mal eine Idee gehabt. Das hatte ich auch in einem Video erzählt. Aber, ich weiß es nicht mehr. Ähm, mal gucken. Bei uns scheint super geil die Sonne. Heute Morgen voll die, voll die Himmel, voll die, ähm... Oh, die Sonne ist heute extrem hell. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann da gar nicht reingucken. Ähm, heute Morgen voll total bewölkt, alles. Und, ja, so sieht's der. Räus, nervös. Heute Morgen voll so bewölkt und so fast schon, schon fast am Regnen. Und meine Mutter so, gibt es heute Sonnenschein? Und ich so und mein Vater so, ne, auf keinen Fall. Und dann, bam, so geiles Wetter. So was, so ein cooles Wetter motiviert mich wirklich irgendwas zu machen. Aber, ich wohne in wirklich so einem Kaff, da passiert nichts. Da kann man am Samstag, Sonntag nichts machen. Von wegen mal eben so shoppen gehen geht auch nicht. Und deswegen bin ich auch ein bisschen eingeschränkt, glaube ich, mit den Vlogs. Man kann hier gar nichts machen. Und es passiert auch nichts. Ja, sonst, ähm, würde ich sagen, das war's für jetzt. Das mal, ich würde das aufnehmen und dann bis später. Bis dann. Hello, ja, ich bin mal wieder zurück. Ich wollte nur kurz sagen, es war sehr produktiv. Ich habe zwei deutsche Finger-Folgen aufgenommen. Ähm, und, ja, so sieht's jetzt wieder aus. Als wäre nie was gewesen wäre, ne? Aber ich würde auch gerne jede Menge After Effects und Photoshop, Tutorials demnächst machen. Äh, nur ich weiß nicht was. Es gab schon so viel, was es, was ein Tutorial drüber gemacht wurde. Es ist schon alles, alles gemacht worden. Ich weiß gar nicht, was ich Neues machen soll. Deswegen, ja, bin ich ein bisschen sehr unmotiviert, deswegen. Und, naja, ich würde sagen, das war's für jetzt. Und ich glaube mal, es wird nichts mehr passieren heute. Dann, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Ciao.